Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Zwillinge, heute ist eine Zeit, in der finanzielle Umsicht notwendiger denn je ist. Du könntest auf Angebote oder Gelegenheiten stoßen, die dir lukrativ und vielversprechend erscheinen. Es ist jedoch wichtig, diese mit einer gesunden Portion Skepsis zu betrachten. Die Verlockung dieser Gelegenheiten mag groß sein, aber jetzt ist eher Vorsicht als Aktion angesagt. Wenn eine dieser Aussichten verlockend erscheint, ist es am besten, gründlich zu recherchieren und so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Doch trotz aller Dringlichkeit solltest du heute keine Verpflichtungen eingehen. Echte Chancen werden nicht über Nacht verschwinden, sie werden sich erst ergeben, wenn du dir die Zeit genommen hast, sie vollständig zu verstehen. Wenn die Gelegenheit nicht so solide ist, wie sie scheint, wirst du erleichtert sein, dass du gewartet hast. In deinem Privatleben bist du oft von Freunden und deiner Familie umgeben, die dir ein offenes Ohr schenken. Diese Unterstützung ist von unschätzbarem Wert, aber es ist auch wichtig zu erkennen, wann die Person, auf die du am meisten hören solltest, du selbst bist. Es gibt gesundheitliche Ziele und Gewohnheiten, die du dir vornehmen willst, wie mehr Wasser zu trinken, den Zuckerkonsum zu reduzieren und mehr Sport zu treiben. Das sind Veränderungen, die nur du in deinem Leben umsetzen kannst. Wenn du Trost bei anderen suchst, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen und darüber nachdenken, ob es nicht besser wäre, gesündere Gewohnheiten anzunehmen. Selbstfürsorge und Maßnahmen zur Verbesserung deines eigenen Wohlbefindens können oft den größten Trost und die größte Beruhigung bieten. Sei heute vorsichtig mit Informationen, die dir über den Weg laufen. Jemand könnte dir eine scheinbar wichtige Information geben, aber es ist wichtig, dass du die Fakten überprüfst, bevor du sie als Wahrheit akzeptierst. Die Informationen, die du erhältst, könnten verzerrt oder ungenau sein, also sei vorsichtig und vergewissere dich, dass du den gesamten Kontext verstehst. Fehlinformationen können leicht zu Missverständnissen oder falschen Entscheidungen führen, deshalb ist es wichtig, Fakten von Fiktion zu unterscheiden. Auf der emotionalen Ebene kann dich die aktuelle astrale Ausrichtung zu Spielchen oder trügerischem Verhalten verleiten, vor allem, wenn es um deine Gefühle für jemanden geht. Du könntest dich dabei ertappen, wie du Ablenkungen oder irreführende Erzählungen erfindest, um deine wahren Gefühle zu verbergen. Auch wenn die Planeten eine Ausrede für ein solches Verhalten bieten, ist es wichtig, dass du dich an den Wert von Mitgefühl und Ehrlichkeit erinnerst, vor allem, wenn dir diese Person wirklich am Herzen liegt. Wenn dir diese Person wirklich am Herzen liegt, ist es wichtig, dass du deine Gefühle und die Gründe für dein Verhalten offen darlegst. Authentizität im Umgang miteinander bringt nicht nur Klarheit, sondern fördert auch eine tiefere, bedeutungsvollere Beziehung. Im neuen Jahr werden sich die Sterne in einem einzigartigen Muster anordnen und eine Zeit voller unerwarteter Überraschungen für dich ankündigen. Das Universum in seiner unendlichen Weisheit ist bereit, dir ein Geschenk der Glückseligkeit zu machen. Sei offen für das Unerwartete, denn was wie ein Zufall aussieht, könnte zu bedeutenden Veränderungen in deinem Leben führen. In dieser Zeit sind eine flexible Denkweise und Abenteuerlust gefragt. Nimm das Unbekannte mit Begeisterung an, denn die Überraschungen, die dich erwarten, werden dir Freude und eine neue Perspektive bringen. Halte deine Augen und dein Herz offen, denn das Universum flüstert dir seine Geheimnisse zu und verwandelt das Gewöhnliche in etwas Außergewöhnliches. Denk daran, dass die schönsten Momente oft unangekündigt kommen. Vertraue auf die Reise und lass die Magie des Neuanfangs deine Seele mit Wundern erfüllen. Die himmlische Energie aktiviert heute auch dein Einfühlungsvermögen und deine Kreativität. Die Position des Mondes im Skorpion, der ein Treigen mit Neptun in den Fischen bildet, macht es zu einer idealen Zeit für Meditation und die Manifestation deiner Wünsche. Diese Konstellation ermutigt dich, in deine kreativen und emotionalen Tiefen vorzudringen. Außerdem könnte das Sextil des Mondes mit Pluto im Steinbock Gefühle von Nostalgie und Sentimentalität in dir wecken. Wenn du angesichts dieser emotionalen Strömungen eine positive Einstellung bewahrst, wird das wahrscheinlich zu positiven Ergebnissen führen. Wenn der Mond in den Schützen wechselt, ist es besonders wichtig, dass du deine Gefühle und Meinungen zum Ausdruck bringst. Das ist ein guter Zeitpunkt, um Wissensgebiete oder Lebenserfahrungen zu erforschen und dich mit ihnen vertraut zu machen, die für dich neu sind. Nutze diese Chance, um zu lernen und zu wachsen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zwillinge heute zur Vorsicht in finanziellen Angelegenheiten, zur Selbstbeobachtung und Selbstfürsorge in Bezug auf ihre Gesundheit, zur Wachsamkeit bei der Verarbeitung von Informationen, zur Ehrlichkeit in emotionalen Interaktionen und zur Offenheit für Lernen und Selbsterkundung aufrufen. Die kosmischen Energien richten sich in einer Weise aus, die dein Wachstum unterstützt und dich ermutigt, nach innen zu schauen, um Führung zu erhalten. Nutze diesen Tag, um dich auf dein finanzielles und emotionales Wohlergehen zu konzentrieren und ergreife die Gelegenheit, deinen Horizont zu erweitern. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Umgekehrte Stärke deutet auf einen vorübergehenden Mangel an innerer Stärke oder Selbstzweifel hin. Sie kann auf eine Phase hinweisen, in der du dich weniger selbstbewusst fühlst oder Schwierigkeiten hast, Herausforderungen zu meistern. Für den heutigen Tag rät dir die Karte, dir der Momente bewusst zu sein, in denen dein Selbstvertrauen schwindet. Es ist wichtig, dass du dich darauf konzentrierst, deine innere Stärke und dein Selbstvertrauen zu stärken, wenn du dich Hindernissen stellst. Die Zehn der Schwerter ist eine Karte, die das Ende einer schwierigen oder schmerzhaften Situation symbolisiert. Sie steht oft für das Erreichen eines Punktes, an dem du eine bestimmte Last nicht mehr ertragen kannst und es an der Zeit ist, loszulassen und eine Veränderung zuzulassen. Heute deutet die Zehn der Schwerter darauf hin, dass du vielleicht am Ende eines herausfordernden oder belastenden Zyklus angelangt bist. Es ist ein Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, loszulassen, was dir nicht mehr dient, und sich auf einen Neuanfang vorzubereiten. Der Bube der Münzen ist eine Karte der neuen Möglichkeiten, der Praktikabilität und des Lernwillens. Sie steht oft für einen jungen Menschen oder einen Neuanfang im materiellen oder schulischen Bereich des Lebens. Heute ermutigt dich der Bube der Münzen dazu, neue Chancen zu ergreifen, auch wenn du dafür ganz von vorne anfangen musst. Sei offen für das Lernen und erforsche mit Begeisterung praktische Möglichkeiten. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag hin, an dem wir das Ende einer herausfordernden Phase anerkennen und uns auf einen Neuanfang vorbereiten. Die Karte umgekehrte Stärke unterstreicht die Notwendigkeit, innere Stärke und Zuversicht wieder zu langen. Die Zehn der Schwerter steht für das Ende einer schwierigen Situation und damit für eine Chance zur Erneuerung. Der Bube der Münzen steht für die Offenheit, sich auf neues Lernen und praktische Erfahrungen einzulassen. Konzentriere dich heute auf den Aufbau deiner inneren Stärke und erkenne, dass du das Ende einer schwierigen Phase erreicht hast. Ergreife neue Möglichkeiten mit Begeisterung und der Bereitschaft, von Grund auf zu lernen. Indem du loslähst, was dir nicht mehr dient, und neu anfängst, kannst du den Weg für eine hellere und vielversprechendere Zukunft ebnen. Vielen Dank. Vielen Dank.